Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1994. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das überrascht mich. Wo kommt denn das ganze Popcorn her? Ich habe es nicht bestellt. Das überrascht mich. Wo kommt denn das ganze Popcorn her? Ich habe es nicht bestellt. Das überrascht mich. Wo kommt denn das ganze Popcorn her? Ich habe es nicht bestellt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe den Ball wirklich erwischt. Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Im Auto nutze ich mein Handy für die Navigation. Im Auto nutze ich mein Handy für die Navigation. Mein Kopf ist ganz heiß. Ich habe Fieber. Deshalb kann ich heute nicht arbeiten. Mein Kopf ist ganz heiß. Ich habe Fieber. Deshalb kann ich heute nicht arbeiten. Mein Kopf ist ganz heiß. Ich habe Fieber. Deshalb kann ich heute nicht arbeiten. Ich bin mit dem Vorschlag einverstanden und werde morgen mit der Planung beginnen. Arbeitshandschuhe aus Leder sind wichtig zum Schutz der Hände. Ich mache die Scheiben vom Schnee frei. Dann können wir gleich losfahren. Ich mache die Scheiben vom Schnee frei. Dann können wir gleich losfahren. Ich kann Kleingedrucktes nicht lesen. Dazu brauche ich eine Lupe. Ich kann Kleingedrucktes nicht lesen. Dazu brauche ich eine Lupe. Der alte Ohrensessel hat jetzt einen neuen Bezug. Das Kissen hat die gleiche Farbe. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe das völlig vergessen. Warum hast du mich nicht früher daran erinnert? Ich habe das völlig vergessen. Warum hast du mich nicht früher daran erinnert? Ich habe das völlig vergessen. Warum hast du mich nicht früher daran erinnert? Ich sende eine Mitteilung an meinen Großhändler. Dann werden wir gleich wissen, ob das gewünschte Produkt verfügbar ist. Ich sende eine Mitteilung an meinen Großhändler. Dann werden wir gleich wissen, ob das gewünschte Produkt verfügbar ist. Ich sende eine Mitteilung an meinen Großhändler. Dann werden wir gleich wissen, ob das gewünschte Produkt verfügbar ist. So kann es auf keinen Fall bleiben. Wir müssen sofort eine Änderung in Auftrag geben. Mit einer Kreditkarte kannst du weltweit einfach, schnell und sicher bargeldlos zahlen. Wir sollten uns die Sache zu dritt ansehen. Fiona hat immer gute Ideen. Wir sollten uns die Sache zu dritt ansehen. Fiona hat immer gute Ideen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Du hilfst mir in allen Lebensbereichen. Was werde ich in dieser Welt erleben? Wie wird die Welt in 80 Jahren aussehen? Was werde ich in dieser Welt erleben? Wie wird die Welt in 80 Jahren aussehen? Die Sonnenblume produziert die Kerne für mein Müsli. Wo befindet sich in deinem Haushalt die Erste-Hilfe-Ausrüstung? Wer von uns beiden ist heute schneller beim Schwimmen? Wer von uns beiden ist heute schneller beim Schwimmen? Ich verstehe nicht, warum sich die Lieferung schon wieder verzögert. Wir warten schon sechs Wochen auf das Ersatzteil. Wir warten schon sechs Wochen auf das Ersatzteil. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Das wird einigen Menschen nicht gefallen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe eine gute Idee. 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 Ich bin mit dieser Lage. Ich habe ein Ausgaben.